Wie entspannst du denn, wenn du einen richtig stressigen Tag hattest? Also entweder ich telefoniere mit Freundinnen oder ich lege mich halt einfach ins Bett, schaum den Film an oder höre Musik oder sowas. Okay, Vicky, was ist dein Trick? Ebenfalls mit Freunden treiben wir einfach mal... Baden! Baden ist cool! Baden ist viel Schaum! Genau, Baden ist cool. Ich habe noch eine kleine Aufgabe für euch zum Schluss und zwar Schauspieler natürlich und zwar eine richtig theatralische Mädchenverabschiedung. Viktoria, Katalin, sorry, Krause! Oh, Tschüssi! Wir werden uns nie wieder sehen, außer Morgi! Und wir drehen noch! Ich bin morgen nicht da! Ich bin morgen auch nicht da! Tschüss! Baden GDL! Oh mein Gott! Baden GDL! Danke, danke! Ihr wart traurig! Tschüss!